Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Wars. Und ich hatte ja gesagt, weil man Craft Wars möglichst uncut lassen sollte, dass ich dann dafür trotzdem noch an jedem Tag noch ein zweites Video rausbringen werde. Jedoch werde ich das nicht so machen, denn ich werde immer noch täglich nur ein Video rausbringen, aber werde in ein Video beides reinpacken, das heißt sowohl CW Highlights als auch Craft Wars. Das wird dann wie folgt sein, dass es halt ein Video ist mit Craft Wars und noch CW Highlights oder CW Clips oder was an diesem Tag dann halt kommt. Weil ich das selber persönlich einfach besser finde, wenn man täglich nur ein Video kommt und ja. Aber ihr könnt jetzt oben links, ne oben rechts, Entschuldigung, in der Infocard entscheiden, was zuerst kommen sollte. Also es wird alles immer in einem Video verpackt und ihr entscheidet halt, was zuerst kommt, ob zuerst Craft Wars oder zuerst die CW Highlights kommt. Ja, das war's dann erstmal mit Ankündigung. Mit dabei sind Betzke, Konter, Verpackt und Kors, ein Bad Wars, der hier erst seine erste Folge hatte. Oh, Freddy am Start. Der Admin soll mich einmal schlagen, dann kommt so, Admin trolled. Oh ja. Ne, das darf er nicht. Ich habe keinen Plan mehr. Das war einmal kurz so, Admin trolled in, yes, Craft Wars. Oh, ich bin drin. Oh, ich muss ja auch damit schlagen. Ah, es geht schon los. Oh, es geht schon los. Wow. Okay, ich will an Moderation machen. Es geht doch schon los. Dann mach doch jetzt echter. Ah, jetzt, jetzt. Okay. Drei, zwei, eins. Moin, mein Gebootzer, was geht? Ich will's wieder, euer Killing-Konter. Mit zweitem Folge, ich hab's start. Mit Betzke, mit Korsabed Wars. Mit Verpackt, mit Wemers. Also, wenn das kein legendärer Anmod war, also, dann weiß ich auch nicht weiter. Geht schon seit 30 Sekunden los. Dann kommen mit drei, zwei, eins. Wusstet ihr eigentlich, dass Flying Uwe meine Begrüßung und meinen Namen geklaut hat? Wusstet ihr, dass ich hier dürfte binnen alle Zeiten. Ich hab grad einen Labe-Eimer schon gewastet. Ich will ja Päuschen mit seinem Wasser. Was, den macht man denn? Ich baute meine Unis Geiders gespielt. Ah, fuck, ich hab ja auch ein YouTube-Video angeguckt, also. Oh, lol. Ja, zum Glück haben wir zwei Labe-Eimer, sonst wär ich jetzt schon am Arsch. Wenn man runterspringt, dann... ...wir spawnen wir ganz mal wieder auf der End, oder? Sogar mit Equipment zum Glück. Ja, das ist übrigens meine erste Folge. Ja, ich hab' kein Equipment mehr, sorry. Hab' nur alles dabei. Oh Gott, ich bin zu inkompetent. Ja, ich, ja, ich... Überhaupt kein Plan, warte mal. Ich baue mal wieder einen Baum ab. Ja, heute zum... ...special des Tages, warum hat man wieder einen Baum ab? Ne, warte, ich bin nicht fertig, ich glaub' hier ist kein Stamm mehr drin. Ja, cool, da kann ich jetzt endlich mal anfangen, was Spannendes zu machen, nämlich Steine bauen. Oh, oh, oh. Morgen wollen wir sogar schon Erde ab, da, ne? Nächste Folge, wann wir Erde ab? Ja, das heißt, bei 5, vielleicht wollen wir sogar ne übernächste Folge Eisen ab. Wow. Wow, nur einfach unter mir. Okay, super. Ähm. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, warte mal ganz gut. Ich weiß eigentlich noch nicht, was ich hier für ein Klick bei Titel draus machen soll. Klick das gar nicht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich, ah, Leute, hey, wie macht man denn ein Dingspawner? So, boah, was ist ins Bawner? Bobble Generator. Ah. Boah, ich verhungert bald. Digga, ich spiel' grad' meine erste Runde irgendwas, was so mal ist. Alter, ich hab' schon Eisenalter. Aber mein Nachbar hat einfach komplett, was hat er getan? Das könnt' ich sein. Äh, ist... Hab' ich nur noch, wer der andere neben mir ist. Ist bei deinem Nachbarn so'n riesiger Lava-Fall nach unten? Nee, so'n Wasserfall. Echt verwischt. Ist da unter der Base so ne Holz-Plattform? Oh, wie sind die alle schon? Oh, yo, was der eine hat. Digga, das guck' ich mir direkt ab und mach' ich nach. Okay, egal, das muss ich jetzt wahrscheinlich nicht alles... Ich glaub', ich hab' grad' den dümmsten Kabel-Generator gebaut. General-Generator? Sind die alle? Was baue ich? Ey, was? Kabel-Vibrator? Genau. Kabel-Generator, Mann. Okay, dann merkt man mal, ich bin nur im BW-Gut, wenn ich überhaupt gut bin. Ich flieg' wahrscheinlich ausm Projekt wegen schlechten Witzen. Oh, Alter. Oh, geil. Alter, kann man hier Essen bekommen, auch hier Möhren bekommen. 100% vegan, wer das Projekt erstellt. Scheiße. Oh Gott, ich dachte, ich hab's kaputt gemacht, Alter. Oh mein Gott, Alter, ich bau' Steine ab, wie geil! Wow! Ich hab' schon Eisen abgebohrt, Alter. Ich weiß nicht, wie man... Oh! Hallo! Hallo! Ich bin zu dumm! Alter! 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 Ich muss mal meine Katze ins Zimmer reinlassen. Na, viel Spaß! Ich muss doch nicht ans Telefon gehen. Oh, wenn man diese Slaps baut, Alter. Oh, manchmal gehen die runter. Ich hab' Angst. Ey, wie kommt ihr das, äh, bekommt ihr das mit dem Hunger hin? Ich verhunger' hier schon fast. Ey, spring' runter! Ey, krieg' man da wieder Essen? Ja. Ey, behält man die Sachen, wenn man schütt? Ja. Ja, das behält man. Ja, das behält man. Ja, toll. Warte mal, ich mach' hier schon mal erste... Oich! 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 Digga! Das Ding ist, man kann halt nicht teamen, ne? Man kann einfach nicht dem Wasser geben. Ey, will solche Team. Und kann auch bestimmt weit bauen, ne? Oh, ich hab' Eisen! Ich hab' überhaupt keinen Plan, was ich hier mache. Ey, willkommen, Club! Aber das ist die zweite Folge schon. Für mich ist das erste, ist das Ding halt. Und Sonntag ist das PvP-Event, ne? Will das ja morgen? Kann's sein. Ne, das ist nach Hause Sonntag. Das nächste Woche Sonntag, du. Was bedeutet? Nächste Woche Sonntag. Wir haben jetzt ganze sieben Tage Zeit, Stein abzubauen. Ja. Halt, was kreatives aus deiner Weise zu machen. Das krieg' ich eh nicht in den sieben Tagen. Oh, ne, ich hab' 18 Holztruppe abgemacht. Das wird das langweiligste Video auf YouTube machen. Die erste Folge, die war noch besser, ey. Die erste Folge war ich geil. Das ist ja die erste Folge bei mir. Ja, warum? Bei uns die zweite, Alter. Da macht dir nichts draus. Die zweite wird genauso langweilig. Jürgen, das ganze Projekt ist. Ich hab' schon ein bisschen nachgedacht darüber, was ich machen kann. Aber irgendwie... Boah, ich auch. Aber das hab' mir... Junge, ich fake-cut mein Nachbarn und bau' mir auch so ne Base unter der Base. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, Rohstoff irgendwie anzulegen. Wie baut man die Kacke nochmal? Bin ich dumm? Hey, was willst du bauen? Ja, so'n, äh, Kogbelgenreiter, den ich damals immer gemacht habe. So'n ganz andern halt. User disconnected from your channel. Ich probier' jetzt einfach nur herum. Du öffert gar nicht, Alter. Nee, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. So, erst beim hier erst mal. Junge, das ist ja übel dumm. Wenn du da nicht viel hochletzt, dann hast du zum PvP-Event eigentlich gar keine richtige Base. Hm, das ist ja das Ding. Du musst halt immer was aufnehmen. Ey, du... Ich würd... Egal, ich verrate nicht meine Taktik nicht, dass ich hier verkülle. Seine Taktik. Ich hab mir wahrscheinlich schon safe so einen Monat davor auf'n Plan und so weiter geschützt. Ja, normal. Was denkst du denn? Okay, ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Ich probier's jetzt aus, Alter. YOLO. Genau. Oh, cool, es funktioniert. Aber das ist halt... Warte, ich muss mal gucken. Äh... Okay, lass mir den Baum mal vergammeln. Ja, ich hab so'n Double-Ding. Ah, fuck, man. Ich soll mir vielleicht ein bisschen ein Ding zu verbauen. So, okay. So, und jetzt muss ich hier irgendwie... Okay, so'n Ding hab ich jetzt schon mal. Und jetzt, was soll ich jetzt machen? Oh, was hast du denn? Schon wieder nur noch drei Minuten? So'n Double... Wie, nur noch drei Minuten? Ja, hast du... Nee. Äh... Äh, meine, Alter. Die Basebrenner drüben schon wieder wegen der Lager. Hä, wie schnell geht'n das? Hä? Sorry, es ist so langweilig, aber es geht so schnell rum. Ja, weil wir halt höchstkonzentriert sind und ohne Plan hier rumlaufen. Und irgendwas versuchen rauszuholen, aber keiner hat irgendwas... Okay, ich werd' einfach mal Double-Affort machen einfach. Na, ich hab' irgendwas zu tun lassen. Ey, ich nehm' glaub' ich auch jetzt direkt die dritte auf. Ich glaub' auch. Ich mach' ihn erst mal vor einem Plan, bevor ich mal was aufnehmen. Warte mal, wie mach' ich denn? Wie mach' ich denn? Oh, die zwei vorbei. Das ist für ihre zweite Folge, ne? Ey! Nein! So. Mhmmm... Der Eisenspitzhacke und ein diamantisch und da, Alter. Hä, wie schreib' man denn ein Dings hier rein? Oh, zwei Diamanten, Alter. Ich hab' grad' meinen letzten was... Ich hab' grad' meinen letzten Dings einmal verkackt. Hello, danke. Danke, lieber. Bewege, oder was auch mal sein, so. Gucken, wann... Bei Patrick, du merk' das direkt null Klicks bringt. Nein! Das wird ja noch schlimmer. Ich hab' grad' meine Wasserfahnen evakuiert. Nein, eine Cobblestone-Fahnen evakuiert. Warte mal, wie mach' ich das jetzt am besten? So. Das wär's richtig erbärmlich, wenn ich mir jetzt erst mal einen Cobblestone-Generator jetzt auf YouTube erst mal reinziehe. Hab' ich mir eben schon gemacht. Ja, aber im Video. Ja, das hab' ich auch gemacht. Zwei der Bildschirm dabei. Ja, ich hab' keinen zweiten Bildschirm. Boah, ich verbrenn' Ich verbrenn' Warte, ich versuch's einfach mal so. Ey, YouTube, man, die muss am Start sein. Warte, muss die Lava von oben kommen? Was für oben? Was für oben? Ey, sonst geht' ich mal weg. Was machst du denn? Der Cobblestone-Generator. Ja, jetzt kommt die Lava von dem One-Stack. Warte mal. Oh, geil. Hä? Ich bin absolut unklar. Merkt das einer? Nee, kaum. Ölfert absolut nicht. Okay, warte. Ich hab' diesen Blattfarm. Ich bin so cool. Du, 60 Sekunden. Ja, in der Zeit brauch' ich mir einen Cobblestone-Generator. Nee, 70 Sekunden. Was darf was? Wenn ich da drinnen bekomme. Was für 70 Sekunden? Warte, gleich sind 60. Hä? Was darfst du? Ach so? Ja, später. Ja, später. Ey, ich bin ein Genier. Oh, lol. Mein Baum ist schon wieder nachgewachsen. Jetzt hab' ich bei mir noch... Hey, wechseln. Muss man gar keinen neuen Baum anpflanzen? Ja, stimmt. Man muss eigentlich warten. Das war jetzt auch. Die draus sind da nicht der Chunk. Das geht fast so schnell wie mit meinem Sackhahn. Ah. Das liegt das hier bei der ersten PvP-Folge noch nicht dabei. Ich hab' absolut spannende Folge. Ja, ich meine, jetzt haben wir am Ende der. Was will man denn hier auch großkacken? Hier kann man ja nicht alles großkacken. Ja, sorry. Verhält man eigentlich die Items, wenn man schämt? Ja. Das ging mal schon alles an. Okay, nicht hier. Sagen wir hier gleich. Irgendwie... Sagen wir einen dummen Grund runterfallen. Nicht weiter das passieren wird. Du hast nur 10 Sekunden Zeit. Ja geil. Nach 20 Sekunden. Oh moin. Ist es möglich, dass man Holzdruckplatten aus Anti-Spawn-Frippern nimmt? Wow. Ich hab' den dritten Wasser einmal verkackt. Kann ich den jetzt sehen? Wer da ist? Okay, noch 10 Sekunden. Okay. Bei mir war das das auch wieder... Ja, das war's für die zweite Folge. Genau, genau. Oh Gott. Alter. Oh mein Gott, Alter. Ich hab' auch so gar keine Ahnung, was... Was ich jetzt... Ich glaub' ich muss da... Genau. Danke. Da. Ja, morgens. Aber ich mach mir erst noch kurz einen Plan. Nee, ich muss... Was willst du dir einen Plan machen? Du kannst keinen Plan haben, Jungs. Ich hab' auch einen Plan. Mal, Jungs. In mehreren. Du kannst dir einen Plan machen. Mit dir einen Plan machen. Untertitelung des ZDF, 2020